Let's hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Sherlock Holmes Jagd Check the Ripper Oh Und Ja Ja Genau Ohne groß um den heißen Reihraum zu reden Würde ich sagen Geht hier gleich weiter und Hier unten auf dem Fußboden sind so Fußabdrücke Und Vielleicht erinnert sich der eine oder andere Wir suchen ja einen Mann Der Kohle an den Schuhen hat Und Das muss wohl der hier sein Also schauen wir mal direkt nach Diese Fußabdrücke Gleichen dem Abdruck auf dem Teppich im Bordell Oh Höchst interessant Was kann denn uns der Herr Doktor dazu sagen? Was kann ich für Sie tun, werte Kollege? Guten Tag, Herr Doktor Es geht um die Fußabdrücke Verzeihen Sie Doktor Aber von wem stammen die großen schwarzen Fußabdrücke? In der Nähe der Betten Vom Bruder eines Patienten Dem armen Kerl musste ein Bein amputiert werden, nachdem er mit einer Kutsche zusammengestoßen war Aber wir konnten ihm eine Prothese beschaffen Prothesen sind ziemlich teuer Wie konnte sich das dieser Mann leisten? Er hat mir erzählt, dass er von einem seiner Onkel einen Gehstock mit silbernem Griff geschenkt bekommen hat Ich habe diesen Griff gegen eine einfache Prothese mit Ledergurt getauscht Allerdings ist dieser Griff von großem Wert Und ich könnte mit dem Geld ein halbes Dutzend Prothesen kaufen Falls ich ihn auf der Petticoat Lane an den Mann bringen kann Loll Ähm Heute ist irgendwie Ein technischer Problemtag Moment, ich gehe auf Moment Kann ich nicht hier irgendwas aufrufen? Nein Na gut, ich gehe auf Also irgendwie hat sich gerade mein Spiel minimiert Und deswegen muss ich jetzt hier Ton und Bild wieder gleichzeitig gleichsetzen sozusagen Und dann würde ich sagen, ich gehe auf gestohlener Gehstock in 3, 2, 1 Doktor, ich habe Grund zur Annahme, dass der silberne Griff von einem Gehstock stammt, der von dem Mann gestohlen wurde, der ihn zu Ihnen gebracht hat Und ich glaube, dass ich weiß, wem er rechtmäßig gehört Das hatte ich befürchtet Die Geschichte mit dem Onkel kam mir etwas merkwürdig vor Nichtsdestotrotz müssen Sie für Ihre Behauptung einen Beweis erbringen Ich zeige Ihnen alle Griffe, die wir hier haben Wenn Sie den Griff identifizieren können, den der junge Mann mir gegeben hat, glaube ich Ihnen Oh, okay Dann fragen wir mal nach Gehstock nachbauen Einverstanden Eine Sache bereitet mir jedoch noch Kopfzerbrechen Ich brauche den ganzen Gehstock und nicht nur den Griff Keine Sorge, werter Kollege, bauen Sie ihn doch einfach nach Ich kann Ihnen Werkzeug zur Verfügung stellen Nehmen Sie sich aus dem Schrank, was Sie brauchen Dann werde ich den Ramsch endlich los Hm, einen Versuch ist es wert Ich muss mir die Beschreibung wieder ins Gedächtnis rufen, die Sickert von dem Gehstock abgegeben hat Gut, dann verabschieden wir uns Auf Wiedersehen, Dr. Gibbons Auf Wiedersehen, Kollege Die Frage ist jetzt So, hier ist also, wo ist denn der? Ne, das muss da oben sein Hier, der Gehstock Er ist aus Ebenholz und ungefähr 90 cm lang Der runde Griff ist graviert und aus Silber mit einem Ring in der Mitte Der auf die gleiche Weise verarbeitet wurde So wie auch die Spitze Der runde Griff ist graviert und aus Silber mit einem Ring in der Mitte Okay Dann Fragen wir mal Oder Moment Da hinten wäre noch der Schrank Da gucken wir jetzt mal rein Und suchen uns den Griff Oh nein, hier müssen wir Ah, da sind einige Stöcke Sehr gut Och Gott, ich muss den ganzen Gehstock zusammenbauen Also einmal aus Ebenholz Was ist denn das hier? Ist das Ebenholz? Er ist 90 cm lang Das heißt, es muss ein ziemlich langer Stock sein Dann vermute ich eher, dass das da hier Ebenholz ist So Ein silberner Griff mit einem Ring in der Mitte Würde ich sagen, ist dieser hier Und eine silberne Spitze Das muss dann wohl die hier sein Ist 90 cm lang, passt Ne Schließen Inventar Anleitung, na gut Bauen Sie eben Fenster am rechten Bildschirmrand Sigurds Gehstock nach Oh Moment, da fällt mir ein Ebenholz Ist da schwarz Ne? Ihr Haar so schwarz wie Ebenholz Wir erinnern uns Dann muss es ja wohl das hier sein Ah Okay, jetzt verstehe ich Und da sind da noch so Dinge Also damit bin ich mir ziemlich sicher eigentlich Moment, wir schauen uns nochmal ganz genau die Beschreibung an Also Aus Ebenholz 90 cm lang Runder Griff Aus Silber Mit einem Ring in der Mitte Ah Nicht der Ah, okay, okay, okay Ah Okay, ich verstehe Es handelt sich Also Das hier ist schon mal falsch Weil ich dachte Also da ist ja ein Ring rum Aber der Ring ist um den Stock Und zwar dieser hier Hallo Hä, das kann doch nicht sein Also Auf die gleiche Weise So wie auch die Spitze Ebenholz 90 cm Runder Griff Ist graviert Verdammt Dann ist es doch der andere Griff Okay Dann ist es doch der Der gravierte Griff Und das da ist dann auch das gravierte Jetzt aber So Wie ich Sie davon überzeugen kann Mir den G-Stock dennoch auszuhändigen Wenn Sie ein Dutzend stabile Verstellbare Ledergurte Für Beinprothesen beschaffen können Gehört der G-Stock Ihnen, Doktor Was? Okay Auf Wiedersehen, Doktor Gibbons Auf Wiedersehen, Kollege Was? Hä, können wir uns den Stock Nicht einfach klauen? Bad Boys, Bad Boys What you gonna do What you gonna do When they come for you Bad Boys, Bad Boys What you gonna do What you gonna do When they come for you Was sollen wir suchen? Ein Dutzend Beweglicher Irgendwas-Prothesen? Alter, heute ist irgendwie Der Wurm drin Ich hab 8 FPS Unverschämtert Normalerweise hat das Spiel hier durchgehend 60 Oder zumindest 30 Jetzt 60 Hä? Also Okay Ich muss nochmal kurz schauen Was wir besorgen sollen Hm Oh Falsch Hä? Ist die Haben wir nicht mit dem Arzt Gerade noch geredet? Hä? Jetzt weiß ich ja gar nicht Was ich besorgen soll Hm Ach hier Ein Dutzend stabile Verstellbare Ledergürte Für Beinprothesen Das sollte kein Problem sein Ich meine Haben wir hier hinten Eine Schusterei Bei der wir uns sowas Bestimmt besorgen können Oder? Niemand hier Merkwürdig Das stimmt auch noch Ich bin Ich bin Freudig überrascht Können wir hier jetzt irgendwas machen? Da sind doch Schuhe Ah Guck mal Ich würde sagen Das sieht aus Wie Pferdegeschirr Oh Macht ganz schön Lärm Oh oh Guten Abend Sir Verzeihen Sie die Störung Die Tür war offen Ich hätte nicht gedacht Dass zu dieser späten Stunde Noch jemand arbeitet Guten Abend Sir Ich habe Sie nicht kommen hören Es geht um das Pferdegeschirr Sagen Sie Bei diesen lauten Dingern Handelt es sich um Pferdegeschirr Nicht wahr? Ja So ist es Aber ich muss Sie leider bitten Morgen wieder zu kommen Sir Um diese Zeit Ist der Laden normalerweise geschlossen Ich bin nicht wegen meiner Schuhe hier Sondern möchte mit Ihnen Über einen Schuster reden Es könnte sich dabei Um einen Ihrer ehemaligen Arbeiter handeln Mit sehr bedenklichen Gewohnheiten Arbeiten Sie etwa für die Polizei? Tut mir leid Aber ich werde mit Ihnen ausschließlich Über Schuhe reden Gut Finde lässt Sie grüßen Ich arbeite nicht für die Polizei Mein Name ist Dr. Watson Ihr bekannter Mr. Finley Hausmeister einer Pension Meinte Sie könnten mir vielleicht weiterhelfen Ah Dieser Mr. Finley ist ein tüchtiger Mann Und wenn er Sie geschickt hat Müssen Sie auch ein redlicher Mensch sein Also Doktor Wer ist dieser Schuster Mit sehr bedenklichen Gewohnheiten Wie Sie es genannt haben Er heißt Pitzer oder Pither Der Mann von dem ich spreche heißt Pizer Oder Pizer Und soll ein furchterregendes Gesicht haben Kennen Sie ihn? Ja John Pizer Er war eine Zeit lang Schuster Arbeitet aber nicht mehr hier Wo ist denn Pizer? Wissen Sie wo er sich aufhält? Nein Und Sie werden ihn auch nicht finden Warum? Weil er untergetaucht ist, Doktor Vor einer Woche wurde hier in der Gegend Ein schrecklicher Mord verübt Schon bald hat sich das Gerücht verbreitet Dass er der Täter sein könnte Man sagt Er hätte in der Vergangenheit mit Frauen Zweifelhaften Rufes Ärger gehabt Wenn Sie verstehen, was ich meine Isaac, genau wegen des Verbrechens In der Bugsrow bin ich hier Ich habe die Gewissheit Und einen glaubwürdigen Zeugen Der bestätigen kann Dass Pizer unschuldig ist Zumindest was dieses Verbrechen anbelangt Obwohl er einige Prostituierte überfallen hat Wenn er sich nicht stellt Und gegenüber den Behörden Rechenschaft ablegt Bleibt er der Hauptverdächtige für diesen Mord Und muss sich weiterhin verstecken Darüber hinaus würde er den Verdacht Auch auf ihre jüdische Gemeinde lenken Weil sie ihn wohl versteckt Und während das gesamte Polizeiaufgebot Nach ihm fahndet Fehlen die Mittel, um den wahren Täter zu fassen Der noch immer die Straßen unsicher macht Und, wer weiß das schon Sich auch jederzeit ein Opfer aus ihren Reihen suchen könnte Wenn das, was Sie sagen, der Wahrheit entspricht Hat Sie der Himmel in unsere Gemeinde geschickt, Doktor Ich kenne Sergeant Thick Einen aufrichtigen Polizeibeamten aus dieser Gegend Ich werde Johns Familie raten, dass er zu ihm gehen Und seinen Standpunkt erklären soll Aber gehen Sie bitte auch sobald wie möglich zur Polizei Und erzählen Sie ihnen von dem Zeugen, den Sie für glaubwürdig halten Das werde ich gleich im Anschluss an unser Gespräch tun Danke Zögern Sie nicht, mich zu fragen, wenn ich Ihnen irgendwie behilflich sein kann Oh, ja, da wäre es schon was Ich hätte gerne verstellbare Ledergurte Nein, ein Dutzend Moment, wie war es? Ein Dutzend Das fällt mir jetzt ein Boah, mein Kurzzeitgedächtnis kann ja auch nicht so scheiße sein Ein Dutzend stabiler, verstellbare Ledergurte für Beinprothesen Oder so ähnlich Ließen Sie sich aus Ihren Pferdegeschirren Ledergurte für Beinprothesen machen? Verstellbare Ledergurte? Für einen fähigen Handwerker ist nichts unmöglich, Doktor Und ich glaube, das kriege ich hin Kommen Sie in ein paar Tagen wieder, dann sollte ich fertig sein Betrachten Sie es als Gegenleistung für Ihre Hilfe Gut, vielen Dank Ich komme in ein paar Tagen wieder Wie Sie wünschen, Sir Ich bin müde und will nach Hause Aber ich habe versprochen, sobald wie möglich zur Polizei zu gehen So, auf zur Polizeistation Würde ich auch mal sagen Können wir das Haus noch verlassen? Ach, da ist die Tür Wiedersehen, Wiedersehen Aha Sagen Sie Versuchen Sie Gutes Geschäft, Opium, eine Frau, ein Seemann Los, Tans Höy Gut, der hat jetzt ein bisschen für uns getanzt War wunderschön, ich musste dem kurz zugucken Das war einfach sehr, sehr elegant aus Und nun würde ich sagen Gehen wir direkt mal zur Polizeistation So, guten Tag Einverstanden Ja Hey Doktor, Sie sehen müde aus Sind Sie die ganze Nacht durch die dunklen Gassen von Whitechapel spaziert? So kann man es auch nennen Ich habe Informationen über Lederschürze Den Mann, über den wir vorhin gesprochen haben Wissen Sie, wo er steckt? Nein Aber ich kann ihn bezüglich des Mordes in der Bugs Row entlasten Eine Person kann bezeugen, dass er unschuldig ist Oh, Watson, Watson Erst jetzt, nach vielen Stunden des Herumspazierens Bequemen Sie sich, die wichtige Notiz zu überbringen, auf die Inspektor Eberlein wartet? Aber, äh, nein Aber was machen Sie denn hier, Holmes? Ich war besorgt, Watson Und wie es scheint, aus gutem Grund Kommen Sie, geben Sie diesem Polizeibeamten die Notiz und dann auf nach Hause Wie Sie wissen, ist meine Anwesenheit hier nicht erwünscht Und außerdem ist es eiskalt Ah, Cradle, gerade noch rechtzeitig Protokollieren Sie die Aussage dieses... Nein, Sie müssen Ihren Feierabend leider verschieben Ich muss Chandler in der Hanbury Street finden Er hat wieder zugeschlagen Wer? Der Mörder Der Mörder aus der Bugs Row Hanbury Street Gehen wir, Watson, wir dürfen keine Zeit verlieren Äh, 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 what? Bitte was? Hä, wie auf einmal so alles so richtig Ausartet Aber so richtig Hä, was war das denn? Hä, ich dachte, ich nehme jetzt ein schönes Röntchen auf Und dann passieren mir plötzlich irgendein... Alter, boah Krass, okay Äh, dann würde ich aber sagen Was auch immer jetzt passieren mag Und wie es weiter Darunter und drüber geht Das erfahren wir in der nächsten Folge Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen Bis zum nächsten Mal Und ciao Ich bedanke mich auf jeden Fall